Im Dezember 1929 fing auf einmal an, die technisierte Welt durchzudrehen. Batsch! Licht aus und finstern ist. Und das war's dann. Mittelalter. Jetzt regieren die Tribes auf dem Kontinent. Europa. Und baden in dem Blut, um die Vorherrschaft zu erringen. Die Welt da draußen ist nicht die unsere. Wir dachten, wir könnten für immer in Frieden leben. Egal was passiert, wir drei bleiben immer zusammen. Aber wir lagen falsch. What is it? It's never falling to the whole hands. Dir fehlt ein Cube. Vor deiner Füße. Und du greifst nicht zu. Stay here and search for the Cube. The rest goes with us. Where did you take them? Where? You will never see them again. Ever. Meine Familie ist irgendwo da draußen. Wenn du leben willst, stark ein! Gibt's hier irgendeinen Weg raus? You're my property, Chiahn. My new toy. You want to be free. Only death frees us. I'd do anything to get my family back. Auch wenn das dann ein Tod bedeutet. The big threat is coming to Europa. We can stop it. Ja. Manchmal braucht es eine ungeheuerliche Tatung, um den Lauf der Geschichte wieder in die richtige Bahn zu lenken. Nein! Bist du bereit? Ich auch nicht. Finally, ich nicht die Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020